Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt auf dem Weg in die München. Ich hatte ein Online-Casting gehabt und es geht dann im Interview, in den ich heute gehen werde. Und dann nehme ich euch mit und stelle mir das auf. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich komme wieder drüben und dann, okay. Wie geht das? Genau, das war ein Interview. Auf einen Freien gestellt. Ich werde euch dann mal auf Zahlen schreiben, wo es laufen wird. Okay. Ausgang war oben. Das waren echt heavy Fragen, die wir gestellt haben. Aber echt auch interessant, wenn man sich freigestellt bekommt und dann später mal nachdenkt, dass es wirklich der Welt so ist. Und wenn es so wäre. Und ja, echt interessantes Interview. Und wenn es gestreamt wird, ich gebe euch Bescheid. So viel Zeit bis 16.45 Uhr. Da fährt mein Bus erst. Flixbus fahre ich heute. Also jetzt. Ich bin mit ICE hergefahren und fahre zurück mit der Flixbus. Und habe jetzt so viel Zeit. Wir haben gerade mal 13 Uhr noch was. Aber es geht schnell. Ich gucke, was in München alles so gibt. Und ja, Gott sei Dank habe ich so ein Ticket. So ein Bayern-Ticket aus Versehen gekauft. Oh mein Gott. Ja, ich gucke. 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 Schon recovery, war. Ich gucke. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Think about that When I'm walking home I still Think about that When I'm walking home I still Think about that When I'm walking home I still Think about that When I'm walking home I still Think about that When I'm walking home I'm walking home I'm done I'm done I'm done I'm from the morning I'm awake I'm working I'm done 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 I love I'm done I love You